hallo und herzlich willkommen im hobbykeller ich bin der bob und willkommen zu meinem meine beste batterie ist kaputt video nein wer jetzt die letzten videos verfolgt hat ansonsten ich verlinkt sie euch unten auch noch mal in der video beschreibung der weiß dass ich mit dem spannungswandler größere energien abgenommen habe und die spannung in dem gesamten batterieblock ist faktisch relativ schnell zusammengebrochen also normal ist das schon dass wenn ihr eine gewisse spannung x habt und ihr nehmt da große strommengen aus den batterien da geht die spannung so nach unten wenn ihr abschaltet sinkt die wieder nach oben aber übrigens eben nicht so und die beste batterie im stall die ist kaputt also ich habe gebrauchte mercedes batterien gebrauchte vw batterien ich habe gebrauchte varta das ist jetzt kein autohersteller aber steht halt varta drauf auf dem anderen steht halt vw und mercedes drauf was soll ich machen und aktis so das sind jetzt die marken ich bin jetzt kein marken fetisch ist ich habe alle marken genannt so punkt und eine solar sun beißter fuchs solar batterie und genau die ist kaputt genial aber jetzt habe ich dann mal die spannungsmesser eingehalten spannend ja genau spannend stimmt eigentlich ich möchte jetzt gern mal folgendes tun das ist heute kein erklärvideo also schon irgendwie weil da könnt ihr mal sehen wie ihr sowas nachmessen könnt in so einer batterie aber das ergebnis check ich selber jetzt nicht so hundertprozentig das heißt ich stelle dieses video jetzt dann mal online und ich hätte gern dass ihr mir in die kommentare schreibt wie ich diese zahlen zu verstehen habe weil batterien batterien wartung alles klar defekte batterien und warum es jetzt auf einmal so eine phantasio spannung anzeigt an gewissen punkten das habe ich jetzt nicht hundertprozentig gecheckt es ist vollgas spannend wir können mit sicherheit alle miteinander hier was lernen das ist ja gerade der grund warum es diesen channel gibt aber den punkt da wird so noch nicht erlebt deswegen möchte ich jetzt einfach mal meine ist das geil meine community meine zuseher ist eigentlich cool wenn man so was sagen kann aber es ist ja tatsächlich so es schauen ja mittlerweile einige leute zu was ich vollgas cool finde und ich habe ja auch gesagt ich lerne auch gern mal was ich revidiere ja auch gern noch mal meine meinungen ich möchte das ganze weiterentwickeln und jetzt bin ich an dem punkt wo ich einfach mal sage gibt mir mal euer feedback was seht ihr zu diesen was sagten ihr zu diesen zahlen okay diese kamera wandert jetzt nach oben und dann sehen wir uns gleich noch mal wieder ihr seht dann nur noch mein entspannungsmesser und eine offene batterie und mein fragendes gesicht könnt ihr nicht mehr sehen so liebe leute ihr wisst wer was ohne gummi macht seit im zweifelsfall relativ lang dafür und wir arbeiten hier mit säure deswegen brauche ich die jetzt gleich wieder schätze vor mir mal ausgezogen hier spannungs messgerät und hier die batterie jetzt schon mit geöffneten kammern und wenn wir da jetzt einfach mal angehen sehen wir 11,2 volt okay so weit ist das noch in ordnung jetzt kann man einmal so rangehen in dem minuspol und plus rein halten oder so rum rangehen das ist erstmal relativ wurscht wir machen es jetzt erstmal andersrum ich möchte euch jetzt nämlich meine beobachtung zeigen und die hier rein halten kommen wir jetzt die summe beider also 3,8 volt gut soweit auch noch okay jetzt kommen wir auf 6 volt also jetzt haben wir hübsch wenn wir die zusammenzählen 2 volt pro zelle 8,2 volt also die zelle hat schon ordentlich spannung 10,3 volt das heißt diese zelle hat drei volt spannung und jetzt kommt das gruselige jetzt habe ich 12 volt jetzt hier jetzt springt hin und her also jetzt hier 12 volt so warum hat die jetzt 12 volt warum hat die jetzt wenn ich das so mache 12 volt und warum hat die wenn ich so mache nur 11,2 das check ich jetzt nicht das ist ein umstand den ich jetzt nicht ganz kapiere weil das ding ist fest das ist in ordnung warum ist das so so jetzt der grund warum ich glaube dass diese zelle hier defekt ist okay und zwar wenn ich jetzt hier ein halter so sehe ich die 9,4 volt okay jetzt gehen wir zurück 7,3 5,3 5,1 2,9 okay ich komme noch nicht raus 0,8 ganz komisch und jetzt kommt es minus 0,8 volt spannung so das heißt ich glaube dass diese zelle kurz geschlossen ist schreibt mir mal bitte unten die kommentare ob ich da richtig liege ja also ich bin der meinung dass diese zelle kurzschluss hat dass weil diese zelle in kurzschluss hat diese überlastet war zeigt mir komischerweise andersrum da drei volt an jetzt zeigt er mir hier nur die differenz von minus 0,8 und der spannung der zelle 0,7 wenn also 1, irgendwas also wie gesagt ich kapiere es nicht ganz warum das so ist aber man kann es auf jeden fall so messen wenn wir jetzt alles aneinander messen kommen wir hier auf 9 volt das ist ich verstehe die zahlen alle komplett nicht ganz und hier komme ich eben auf 11,1 volt also irgendwo ist da was kaputt und ich bin der meinung dass es diese zelle ist ich werde aber diese batterie und das empfehle ich euch auch wenn ihr also ich habe wichtig ganz kurz vorher ich habe überall reingeschaut es ist der wasserstand ist okay der flüssigkeitsstand ist okay säure könnte relativ wenig machen das sollte man auch nicht also wer jetzt hier säure nach kippen oder so dass da das definitiv nicht von mir ich mache das nicht wasser kann man nach kippen destille das wasser das ist eine ganz ganz feine sache dann kann man die batterie noch wieder gut hinbekommen habe ich bei der hier auch auch gemacht aber der wasserstand hier drin ist okay und damit ist die sache für mich gegessen da wasserstand ist okay mehr kann ich da dran nicht machen mehr werde ich auch nicht machen das einzige was ich eventuell mit dieser batterie noch mal machen könnte und wahrscheinlich auch werde ist ich werde meinen kleinen ep ever nehmen werde dort ein einzelnes solarmodul was ihr in einigen videos schon mal gesehen habt was draußen steht und eines davon habe ich jetzt auch hier im hintergrund werde ich nehmen und eventuell diese batterie man noch ein bisschen zu zu bauchpinseln ja aber ich werde jetzt hier auf keinen fall irgendwie noch große anstrengungen machen und vielleicht noch gehäuse abbauen oder so garantiert nicht wenn das ding hin ist es ist es hin das ist jetzt für mich jetzt vollkommen egal wichtig ist nur ihr habt gesehen einmal kann man es so messen und ich bin der meinung ist es diese zelle aber wenn einer noch eine kluge eingebung hat bitte konstruktiv sachlich und höflich in die kommentare und da freue ich mich sehr drüber denn da kann ich an der stelle auch noch was lernen vielleicht können wir gemeinsam das ding noch mal zum leben erwecken und dann vielleicht die doch wieder in diese batterie block einbinden aber wie gesagt ich habe ja ersatz so ist es nicht also mir ist es eigentlich relativ wurscht weil ich von meinem schwager ja ist die große 80 ampere stunden batterie geschenkt bekommen habe so die batterie bleibt trotzdem noch ein bisschen offen schütze lies kommt wieder runter und ich danke euch bis zu ihren erst mal herzlich fürs zuschauen und hoffe dass ihr mir ein paar nützliche tipps geben könnt danke